Hey, kein Gemma Basket Up. Zurück zu einer neuen Folge Freitag der 13, der mit den üblichen Verdächtigen, nämlich Darlou, Flocke, Freezy, Kapuze, Kunan und Alex. Und jetzt ist Freezy, Mörder. Und jetzt schauen wir mal, ob ich überleben kann. Schon über der, der Arbe-Boy. Wow! Oh, oh, Jesus! Ich kann nicht glauben, dass ihr die einfach weggesnackt. Ich bin immer an der Scheune, sehr interessant. Hey, hier gibt es gute Waffen und wir können die einfach nicht nehmen. Toll, aber eine Pfanne. Natürlich finden wir eine Pfanne im Stall. Da hätte ich auch als erstes nachgeguckt, um ehrlich zu sein. Okay. Oh. Hier haben wir eine Waffe, aber hier haben wir auch Benzin. Guten Abend, ich bin Zeitungsvertreter. Nee, wir möchten keine Zeitung. Ich bin jede Wunde, ich bin zuerst. Ach nein, müssen wir nicht. Ich bin dein Leben. Hallo. Ich habe am Briefkasten einen Sticker mit Bitte keine Werbung einwerfen. Na, das schaue ich mir erst mal an. Wenn da kein Sticker drauf ist, schmeiße ich da Werbung rein. Nee, das möchte ich nicht. Machen. Kann ich das nicht ablegen? Macht er jetzt das Licht aus, oder was? Okay, er lässt wohl ab von mir. Mayday, Mayday. Braucht sie Hilfe. Leute, ich muss mich erst mal verpuschten. Schauen wir doch mal. Da hinten ist das Auto. Gehe ich jetzt mal hier rechts rum. Gehe ich mal den Weg entlang und dann sind wir schon beim Auto. So gefällt mir das. Einfach jetzt, ne? Kümmer mich um die Aufgabe, das Auto fertig zu machen. Dann werde ich vielleicht diesmal nicht überfahren, sondern kann vielleicht fliehen. Was muss ich denn da hören? Hallo, Julie. Was hört ihr? Hallo? Ich habe mir ein bisschen Wasser mitgebracht. Okay, was? Wie Wasser? Da steht zwar Gas drauf, aber da ist nur Wasser drin. Das ist doch gut. Guck mal, hast du den Schlüssel? Leider nicht. Julie, ich habe den Schlüssel. Walkie talkie, walkie talkie. Wir brauchen nur noch die Schlüssel. Werde ich diesmal auch nicht überfahren. Ich habe den Schlüssel. Verdammte Axt, hier war eine Pfanne. Jetzt komm. Spartakus, was machst du denn hier? Ich bin hingefallen. Julie, jetzt pack das Benzin da rein. Wie siehst du aus? Julie! Ich dachte, heute ist Kostüm. Das war gestern. Kostüm? Oh Gott. Das ist nicht so einfach hier, Leute. Julie! Ich habe es gleich. Julie, wir sind ein bisschen mit meinem Bärenfalle gelaufen. Was soll das? Ich sind vorne, ja? Darf ich bitte auch rein? Spartakus hat gespart. Ich möchte nicht wieder verfahren werden. Ist der Autofahrer? Ich steige, Julie. Wo fahre wir hin? Sag an, Dalo. Diesmal bin ich drin. Yes. Dalo, sag an. Ah, der kommt. Dem Weg folgt. Okay, okay. Ach, der und Führerschein, Leute. Wir sind doch erst zwölf. Ja, Kapuze hat früher schon die Autos. Jetzt rechts von seinem Vater geklaut. Oh, ich habe schon richtig Angst. Immer diese Bikini-Girls, die haben es einfach drauf. Okay, und da wendest du jetzt einmal hinten. Jetzt wenden. Einmal wenden. Sehr gut. Ja. Und jetzt der Weg für euch gegen den Bauch. Macht ihr gerade Fahrprüfung oder was? Ich kann nicht fahren, ich kann nicht loswerden. Soll Kapuze. Wow, Kapuze. Oh, vielleicht kann Jason uns helfen. Kapuze, mach ich krank aus. Ich kann nicht. Jason, wir haben Probleme. Kapuze, jetzt. Dankeschön. Kannst du mir sagen, wo die Feier stattfindet? Die kostet. Du bist doch auch einer. Wir suchen uns gerade. Ich sehe immer so aus. Und der Baumstumpf. Schau mal, der Baumstumpf. Jason. Was habt ihr denn hier gemacht? Oh, was ist der Baum? Mann, Kapuze. Du hattest nur eine Aufgabe. Du hattest nur einen Job, Kapuze. Was ist Kapuze mit dem Auto? Wir machen. Nein, das Auto ist aufgebockt. Ihr habt den Baumstumpf. Hau dir her. Hau. Ich komme hier nicht weg, Leute. Ich komme hier nicht weg, Leute. Hier auf mich, Sparte Kuss. Komm mal her. Nicht hier. Sparte Kuss, hau ab. Nein. Verdammt. Nein. Habt ihr Heilung? Hallo? Ja, ja. Wir haben gerade einen Killer hinter uns. Ja, der interessiert sich gerade nicht für mich, deswegen kann ich mit euch reden. Das Gute ist, ich kann in der Ecke im Dunkeln stehen bleiben. Wir gehen einfach weg, Flocken. Das habe ich auch gehört. Ich bleibe mit dir, Sparte Kuss. Sparte Kuss. Schau mal, wie verbutzt es auch, wie verkackt man. Sparte Kuss geht wieder rein. Sparte Kuss. Sparte Kuss. Sparte Kuss. Das hängt fest. Das ist ein Hinterausgang. Wie geil. Ja, ist klar. Nicht normal. Das ist echt dumm. Ja, ich bin weg. Ach. Eine Waffe. Man kann es doch nicht bewegen, dass es dumm wird. Wie sollen wir jetzt entkommen? Keine Ahnung. Ich bin doch nicht weg. Tschüssi. Sparacus! Sparacus, komm zu mir! Sparacus, ich bin da! Und jetzt? Ah! Hin, wenn er schießt! Sparacus! Sparacus! Okay, in den Kofferraum rein! Ah Leute, ich kämpf jetzt. Ich bin gekommen, um zu kämpfen. Sparacus von rechts! Was ist denn mit dem Auto? Passt nicht. Haha, ich habe ihn ausgenockt. Ich bin ADAC. Ich darf mich ins Auto setzen und mal kurz gucken. Schauen Sie mal rein. Schauen Sie mal rein. Ich gucke mir das mal an. Es wird nicht funktionieren, aber ich gucke es mir mal an. Die Polipi sind zwei Minuten da. Damit hat er nicht gerechnet. Jetzt steckt ein Messer in mir. Juli, Achtung zurück! Nein, er hat mich! Oh, danke! Leute! Sparacus, rettet mich! Was ist das hier für eine Kostümfeier? Geld und das ist der für ein Auto! Oh nein, ich habe wieder Leute! Rettet sie! Achtung! Tach! Danke! Kuckuckuck! Fertig! Du! Hey, du sagst! Hände gern! Das ist mein Wälderbeschläger! Hey, das war meine Zeitung! Hey, das war meine Zeitung! Alter, ist schon Silvester! Oh, ich habe keine Waffe mit! Oh, Nuss! Hier, du Sack! Ich krisse auf die Nuss! Oh, du! Aufs Nüsschen! Das ist so gemein! Ich glaube, ihr seid da tot, oder was ist das? Ich glaube auch! Oder ist das ein Fake? Können wir jetzt losfahren? Warum ist er gestorben? Warum liegt er? Das ist Alex gewesen! Alex, nein! Ich bin verblutet! Er hat sie einfach tot geworfen! Frechheit! Hallo Alex, ich bin bei dir! Wo ist Spartakus? Wo ist Spartakus? Spartakus, diese Richtung! Diese Richtung, mein Herr! Ich bin verblutet! Spartakus? Ich bin verblutet! Ich fahr! Spartakus groove! Hey, ich hab zu! Story! Was machen sie jetzt!? Wir müssen das Auto schieben! Äh, wie? Ich habe keine Ahnung! Ich steig einfach down! Kapuze! Er sollte doch nur fahren! Dann fährt er auf den Baumstör, ey! Herrlich! da liegt einfach so ne leiche ich sehe was was du nicht siehst und das ist doof das war gemein ich kann never die Meine Leiche, sieht da echt hübsch. Oder sonst irgendwas. Ich bin Pomi! Ach, ist verloren. Der Friesi hat erst zwei gekillt. Oh. Hier ist keiner drin! LOL! Ich hab ja nix gesagt! Wo bist du? Immer tricky, der Dalu, ha? Wer findet ihn nicht so schnell in die Richtung? Ich hab ne Waffe drin sein, Leute, eigentlich. Wir haben halt wieder... Ich leg dir mal die Falle vor die Tür. Na, geil! Hier ist noch ne Schlagwaffe. Hier müsste die Waffe sein, die Zweite. Ähm, eventuell oben. Aber die kann doch mehrere spawnen, Samo. Da-da! Musik. Äh, ich wollte grad... Entschuldigung, Entschuldigung. Ich geh noch mal raus. Okay. Das war mir sehr unangenehm jetzt. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie fertig sind, ich muss aufhören. Ja, ja, ich brauch noch kurz, ne? Haha. Irgendwie krieg ich meine Hose nicht auf. Können Sie mir aber da geüblich sein? Damn. Ich glaub, die hat sich mal hakt. Ja, das ist, glaub ich, damit geht es, glaub ich, auch. Einfach reinschnippeln. In da, in da, in da. In da, in da. Ich war in meine Hose. Er hat mir die Hose gelb. Er hat mir die Hose gelb. Anstatt die Augen. Okay. Aus dem Fenster! Oh. Oh. Lass mich vorbei! Er hat ihn gefunden. So, Spadaguss. Ende. Hallo. Da war er tot. Spadaguss hat's nicht geschafft. Traurig. Kapuze sollte nur eine Sache machen. Ja, gut, da müssen wir uns ja so frei. Großes Haus. Wie bist du in die Sturmbade? Ich hab mich in einem Schrank keine Ahnung. Ist die nicht links da, das Friedhof-Ding-Symbol? Hat er mich gezogen? Kann man immer hingehen. So kann man da hingehen? Aber ich hab halt nichts gefunden. Ja, gefunden. Dann müssen wir das hier mitnehmen. Was? Mein Erste-Hilfe-Spray. Wie dropp ich das noch mal? Nee, du musst einfach irgendwie... Das Spiel! Das Spiel ist weg! Nein! Ich bin... Ich bin ein böser Fummler. Kommen Sie mal. Oh Gott! Oh Gott! Nein! Jetzt fummel ich sie ab. Fummel... Fummel nicht an meiner Kehle! Oh, tschüss! Oh, stopp! Hier muss ich anhalten. Meine Mama sagt, ich soll sie killen. Was ist das denn für eine Mama, ey? Hatte eine schwere Kindheit. Freezy muss jetzt wärmen. Wir Freezy! Wurf besser! Hast du denn einen guten Kill drauf? Hast du denn einen guten Kill drauf? In den Kopf! Ja! Hast du einen schön? Einen ganz schön? Einen ganz schön? Einen ganz schön hab ich. Wollen sie ihn sehen? Ja. Okay. Ich bin gespannt. Er brauchte kein Messer. Oh, ich seh nichts mehr! Soll das so... Oh Gott! Soll das so sein? Soll das so sein? Entschuldigung, ich seh nichts mehr. Vielleicht haben die anderen aber jetzt eine gute Zeit... Hallo. Es leben nicht mehr viele. Das einzige Auto, was heilig war, ist kaputt. Oh Mann. Und die Polizei kommt nicht. Kapuze hat das Auto auf den Baumstamm gesetzt. Fester Mann! Wie, 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 wie das geht? Dass das überhaupt geht? Ja, ehrlich. Ja! Ich wollte mir noch so einen Scherz erlauben, als ich kapuze gesetzt. Du sollst jetzt rechts fahren und einfach wenden. Ich dachte mir, was soll das blöde Scheiße? Ja, wie, siehst du, es kommt davon. Dann hast du das Auto aufgebaut. Das wurde uns zum Verhängnis, ey. Warum hast du mir das wirklich falsch angesagt? Damit's... Weil sonst wären vier von sechs abgehauen. Ja, okay. Ja, weißt du, da wollte ich noch, dass... Ja, aber siehst du, es kommt davon. Hat geklappt, Dalu. War doch voll lustig eigentlich dann da. Ja, es war okay, es war okay. Wir kaufen nichts. Ich verkaufe Zeitungsabos. Nee, wollen wir nicht. Von erotisch halt bist du sicher nicht? Nee, ich bin erotisch selbst genug. Ah, vier Minuten können lang sein. Die Tür! Wissen Sie eigentlich, was das kostet? Ich weiß nicht. Und eingesperrt. Oh oh. LOL! Entschuldigung, wir sind hier grad beschäftigt. Entschuldigung. Ey, glaubhaft. Jetzt bist du Privatsphäre bitte. Also... Jetzt müssen wir... Das so aussehen lassen, als ob das ein Unfall war. Läuft. Schnapp. Das war komisch. Was ist böse? Macht mal jemand das Licht an? Ich weiß echt mehr gut, ich er stand auf einmal hinter mir. Ja, ja, genau. In der Wand. Dass wir es wieder nicht geschafft haben, das Telefon zu reparieren. Ja. Vielleicht haben sie die Fuse ja rausgepetzt. Da kann der eh durchlaufen. Hilfe! Ich hab feuchte Höschen! Feuchte Höschen, alles klar alles. Hat er einen Killer, der nicht rennen kann? LOL! Haha! Entschuldigen Sie, kann ich Ihnen gleich helfen? Helpen Sie mir mal hoch, bitte. Ja, ich... bitteschön. Dankeschön. Haben Sie ein Taschentuch? Meine Schere ist voll ab. Nee, das ist gerade runtergefallen bei da hinten irgendwo, als ich aus dem Fenster gesprungen bin. Das war die letzte Flair. Haben Sie auch die Saber Softens denn? Nee, ich hatte so ganz billige von der Marke, die man nicht kennt. Ja, das ist immer schlecht, wenn man sowas sucht. Letzte Minute. Wird Friese noch einen kriegen? Ich glaub nicht. Wurfmesser! Fass. Ja, gut. Wenn ich besser werfe, haben Sie stehen zu bleiben. Da müssen Sie nochmal üben, glaub ich. Ah, gut. Hat er getroffen, oder? Ja. Aber leider bringt das bei Jarvis nicht so viel. Da musst du mehr Treffer landen. Ah! Leute, der steckt in den Türrahmen drin. Wie kannst du denn mal aufsammeln? Der kann doch einfach rein. Und dann ist da hinten zufällig ein Fenster. Das tut auf jeden Fall weh. Sieht der nicht, oder was? Oh, eine Maske! Sieht sie denn beschwert? Damn! Was ist denn das für eine Maske? Oh mein Gott! Wir sind ein Face! Du gestorben! Super! Ja, Leute! Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao! Er hat sie wieder aufgesetzt, die Maske.